Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich für Smile-Zentrum TV-Zuschauer. Mein zweites Thema wird jetzt Zahnimplantation. Wann braucht man Implantat? Was ist eigentlich Implantat? Implantat ist eine künstliche Wurzel und wann man das verwenden soll, wenn jemand zum Beispiel Zahnverlust hat, hat einen Zahn verloren, oder wenn zum Beispiel jemand zahnlos ist oder kombiniert mit eigenen Zähnen als sogenannte Fickse und wir mit Implantat zusammen kombinieren. Wie läuft Implantation ab? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und ganz häufig. Wie soll man das vorstellen? Erstmal natürlich beginnen wir, das Implantat einzupflanzen. Wenn wir das Implantat eingepflanzt haben, dann müssen wir natürlich acht Wochen warten. Acht Wochen später machen wir eine sogenannte achthochige Kontrolle und wenn es geht, dass wir natürlich immer der Kieferchirurg entscheiden, dann machen wir auch die Freilegung von dem Implantat. Nach der Freilegung, wie man die Freilegung aussieht, dann möchte ich darüber ein bisschen Information geben. Da muss man natürlich eine kleine Betoldungspitze bekommen, wird ein bisschen das Zahnfleisch geschnitten, so wird das Implantat freigelegt und dann bekommen die Patienten eine sogenannte Heilungsschraube. Warum ist die Heilungsschraube wichtig? Natürlich deswegen, weil so wird natürlich das Zahnfleisch schön verheilen und danach, wenn wir diese Heilungsschraube schon in unserem Mund haben, dann müssen wir zwei oder vier Wochen warten und danach machen wir die Abdrucknahme. Nach der Abdrucknahme, eine Woche später, bekommen wir schon die endgültige Kronen oder den endgültigen Zahnersatz natürlich in unserem Mund. So, ich hoffe, dass ich eine kleine Hilfe gegeben habe bei dem Thema Implantation. Was ich natürlich noch sagen möchte zum Implantat. Implantat ist aus Titan, was deswegen sehr gut ist, weil es ist ein antialergenisches Material. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, dann können Sie auf unsere Homepage gehen, www.smitezentrum.hu Und wenn Ihnen das kleine Video gefallen hat, dann bitte auf jeden Fall hier abonnieren. Schönen Tag!